Hier auf dem Thula-Gymnasium habe ich neun Jahre meiner Schulzeit verbracht. Es war eine superschöne Zeit, an die ich mich gerne erinnere. Es gab natürlich auch weniger schöne Ereignisse, aber insgesamt war es wirklich toll dort. Als ich in die Schule gegangen bin, war die in keinem guten Zustand. Jetzt ist es saniert. Wir müssen Schulen instand halten und Geld in die Hand nehmen für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Ich bin froh, dass es hier passiert ist, aber andernorts braucht es auch noch was.